Und dann die Menü. Und wo ist geschrieben? Ja, das ist gut. Meisterkurse. Auch in diesem Jahr finden in Meiknerkirchen wieder Meisterkurse für Uboe und Fagutt statt. Wir haben heute den Meisterkurs mit Professor Goritzki und Jonny Hikwag eröffnet. Das ist ein Meister-Doppelkurs. Es sind also zwei Dozenten hier in Meiknerkirchen gemeinsam tätig. Und mit Professor Goritzki haben wir einen Urvater unserer Meisterkurse, jetzt mittlerweile zum achten Mal hier in Meiknerkirchen, seit 2006 jedes Jahr dabei und unterrichtet junge Oboistinnen und Oboisten aus allen Teilen der Welt, die extra deswegen hierher nach Meiknerkirchen kommen. Eine Woche werden die Teilnehmer in Meiknerkirchen sein und intensiv lernen. Die Faszination an Meisterkursen in Meiknerkirchen ist für die Teilnehmer vor allem die direkte Nähe zum Instrumentenbau. Der Meisterkurs wird gemeinsam mit der Firma Gebrüder Mönnig, Oskar Adler und Co. organisiert. So haben die Teilnehmer auch die Gelegenheit, die Werkstätten zu besuchen und können sehen, wie ihr Instrument entsteht. Auch den Instrumentenbauern Hinweise geben und dadurch gegenseitig sehr viel lernen und sehr viel Neues auch entdecken. So haben die Teilnehmer in Meisterkursen in Meisterkursen in Meisterkursen in Meisterkursen in Meisterkursen. nun bestimmt einen Kurschitz Shăng, ein Kurschusen in Meisterkursen in Meisterkursen.